Edeka, Tischtennispokal, Samstag, 25. August 2018, Herren, es ist A-Klasse. Da spielen aber auch viele normale A-Klassenspieler mit. Da kommt es zum Teil dann zu etwas ungleichen Begegnungen. Schauen wir mal, wie das hier läuft, zu links, Toi Tollo, immerhin ehemaliger ungarischer Meister. Er hat auch in Deutschland schon sehr hochklassig gespielt, spielt immer noch für sein Alter sehr, sehr, sehr hochklassig. Vor wenigen Wochen Teilnehmer bei den Senioren-Weltmeisterschaften in Los Angeles, ausgeschieden gegen Chen Waixin oder war es ein Gruppenspiel, wie auch immer, hat er sogar einen Satz gewonnen und einen zweiten hochgeführt. Er hat sein erstes Gruppenspieler sehr locker 13-0 gewonnen, ist sich aber natürlich hauptsächlich mit seinem Sohnemann unterwegs, Mikey Hollow, Top 4 in Europa in der Altersklasse bis 14, 15 Jahren. Eine ganz große Nachwuchshoffnung, dessen kistendes Laufband ich auch schon seit vielen Jahren verfolge, über die bayerischen Schüler- und Jugendmeisterschaften etc. Mittlerweile spielt ja gar keine Schülerklasse mehr, weil es da keine ernstzunehmenden Gegner gibt. Er schnägt sich da eher mit Daniel Rinderer rum oder mit Felix Wetzel. und ist hier auch aktiv. Die Bitte ist dazu auf Reinhard Steinbrücher, Stichwort EDK 2018. 20.18. 25. 20.18. 0.8. 25. Sorry. 20. 30. 25. 26. 26. 27. Beside aus der Rindu storage. 18. 25. 25. 27. 28. 29. 29. 29. 29. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020